Na nun? Was sind denn das für Töne? Was macht ihr? Krebse? Oh wie süß. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Never Guest. Oder auch Let's Play. Ich mache jetzt was ganz Schlimmes und erkläre das aber vorher ganz kurz. Moment, wir gehen mal ganz kurz. Einige sehen glaube ich schon, was das hier ist. Man hat es heute schon auf einem anderen Stelle gesehen. Ich möchte das ganz kurz erklären. Und zwar habe ich, wie viele wissen, im August letzten Jahres, nachdem ich 3-jähriges hatte, im September, aufgehört mit Let's Play Videos. Was wenige wissen von den 1300 Abos, die ich hatte, dass ich komplett auf Twitch übergegangen bin, auf Twitch-Streamer die ganze Zeit. Ich möchte kurz erklären, warum ich letztendlich komplett die Lust verloren habe. Ich habe schon unglaublich viele Videos gemacht, in dem ich erklärt habe, wie ich die Lust verloren habe an YouTube und warum ich aufgehört habe und all diesen Spaß. Und habe es immer wieder gelöscht, weil ich sehe immer wieder kackgefallen, die Videos. Und ich fange jetzt genau wie Kronk heute live in the woods an aus dem Grunde. Ich habe es bei ihm gesehen. Und ich habe keine Intention mehr gehabt, Minecraft zu spielen. Und habe deshalb auch nichts mehr gebracht. Und ich brauche einfach mal was Frisches wieder. Und das war jetzt einfach perfekt. Ich habe es gesehen und dachte mir, wow, ich bin sowieso ein totaler Naturfreak. Die Leute, die mein Minecraft Display verfolgt haben, die wissen, dass ich bin der absolute Naturfreak. Alles bei mir voll mit grünen Bäumen. Und ich dachte, wenn jetzt nicht, wann dann. Und deswegen fange ich jetzt wieder an mit diesem einen Let's Play. Live in the woods. Ich kann und ich fange, okay. Die Gründe, warum ich aufgehört habe, ist einerseits, ich habe ein Band von YouTube bekommen, ein Strike. Das weiß niemand, weil ich genau zu dem Zeitpunkt aufgehört habe. Wegen einem sehr alten Video. Ich kann also keine 15 Minuten Videos mehr hochladen. Ich kann keine Tampenheads mehr hochladen. All den ganzen Spaß für drei Monate. Und ich habe auch an YouTube die Lust verloren, weil auf YouTube absolut gar kein Feedback mehr kam. Ich habe mich auf Twitch angefangen gehabt im Juli. Und habe dann halt gemerkt, okay, auf Twitch kommt viel mehr Feedback. Und die Leute wollen, dass ich spiele. Die Leute fragen jeden Tag, ob ich komme, ob ich wieder was zocke und so. Und die Leute fragen, ob ich das schon mal spielen könnte. Die Leute machen das und das. Genau das, was ich auf YouTube immer haben wollte, was auf YouTube nie passiert ist. Und dann auch noch viel interaktiver. Ich kann direkt auf das, was die Leute schreiben, eingehen. Und das hat mich halt an Twitch so begeistert. Und ich muss nicht mehr straight Let's Plays machen. Ich kann sagen, wir spielen heute mal 30 Stunden das Spiel und dann machen wir mal zwei Wochen Pause und spielen in zwei Wochen das Spiel 30 Stunden nochmal. Dann wissen die Leute immer noch, okay, wo ging es weiter und es ist einfach viel entspannter. Man muss hinten dran nicht schnippeln und so ein Zeug und man hat die Probleme mit der Gamer nicht, die YouTube hat. Man merkt schon, ich habe hinten noch Copyright Musik gerade laufen. Passt vielleicht gerade nicht ganz so zu meinen Köpft, aber die eigene Bilder habe ich jetzt gerade nicht mehr so parat. Ja, dann habe ich aus Versehen meine Date gelöscht. Die kann ich aber glaube ich wieder herstellen. Das ist mir gerade eben bei einem Zellen von GamePack passiert. Das kann ich aber auch nicht wieder herstellen. Ähm. Und leider so was da, wo ich mir so dachte, boah, ist immer schwerer irgendwie, dass ich wieder zurück auf YouTube komme. Ich werde also jetzt pro Tag noch so 10 Minuten Videos hochladen. Dieses Video wird also, ich versuche dieses Video 14 Minuten 59 Sekunden zu halten. Und ab morgen dann sind 14 Minuten Videos, weil ich halt mehr nicht hochladen darf. Ich darf leider einfach mehr nicht hochladen. Und ich mache deswegen jetzt auch gerade Prank einfach nach. Weil ich mir selber dachte, ey, weißt du was, der macht das jetzt und du machst das jetzt auch. Und es ist dir scheißegal, was alle sagen, ob jemand sagt, ey, du machst Prank. Du hast jetzt einfach drauf drauf und du machst das. Fertig. Und das hat mich so begeistert. Ich muss jetzt gucken, was das hier alles ist. Wahrscheinlich nichts. Was habe ich da aufgehoben? Lobster Gloss. Tall Reinforced Plant. Fart mich bloß, wie alles hier drüben hatte. Kann man das bei... Options. Ich gehe mal ganz kurz zum Fort rein, muss ich mal gucken. Oh. Moment, da war's. Deutsch. Fertig. Sprache, Steuerung, Mehrspieler, Daten, Ressourcen, Pack fertig. In LAN öffnen, Option zurück zum Spiel. Erfolge. Ach du. Was ist... Was ist... Ein Fass aufmachen? Ein Fass aufmachen? Ach du Kacke, was ist das denn? Okay, ich weiß schon, was unsere Ziele werden. Einfach ganz scheiße machen, wirst du schon irgendwie fertig. Den Liner für Statistiken. Fertig. Optionen. Okay, gut. Dann machen wir das. Ich habe jetzt nicht das, was er hat, leider. Ich hätte gerne auch am Rand dieses... Kugraben, was mir sagt, was... Wie ich was baue. Aber na gut. Ach so, mache ich das denn kaputt? Oh nein, es blutet. Es blut... Es blutet. Blutet nicht. Und... Es tut mir leid, Kids. Ich muss wissen, was du getroppt hast. Ähm... Oh, es sieht so graulhaft aus. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Das sieht so fraulhaft aus. Ich will dir das nicht. Ich muss wissen, was du getroppt hast. Und was hast du getroppt? Ah, einfach. Okay, ich werde nie begrenzt dürfen. Ähm... Und für alle... Ich werde wahrscheinlich mit YouTube auch nicht wirklich anfangen oder weitermachen. Sag ich mal. Ich werde... Momentan erst mal nur Minecraft hochladen. Ich werde gucken, wie das ankommt. Ich werde gucken, wie die Leute darauf reagieren. Dass ich wieder Minecraft Let's playe. Und dann werde ich schauen. Was ich draus mache. Uh. Kekse machen. Juhu. Ähm... Weil... Ich kann euch versprechen, sobald ich bin ja momentan in Österreich. Sobald ich wieder in Deutschland bin, werde ich... mich voll aufs Stream konzentrieren. Wir haben innerhalb von 3 Monaten 1.000 Follower gekriegt. Und... Die warten alle begierig darauf, dass ich weitermache. Und... Ja... Diese... Also ich... Ich mag es eigentlich nicht, das in Zahlen auszurücken. Aber diese 1.000 Follower auf Twitch. Die sind halt auch wirklich aktiv. Die wollen alle, dass ich weitermache. Und... Auf YouTube von den 1.000 sind... ...häckisch. Auf YouTube von den 1.000 sind 10 aktiv. Und einer will, dass ich weitermache. Aber ich dachte mir jetzt einfach mal, ey komm ey. Wiss der was ey. Boah ey. Krass ey. Mach's da einfach mal. Kann auch sein, das ist jetzt glaub ich... Oder ich mach heut zwei Folgen. Eine Erklärungsfolge. Und eine, die ich ein bisschen spiele. Weil ich am Anfang nicht so wie wenig gespielt habe. Oh. Ich hab die Musik noch an. Ich würde die Musik gerne anlassen. Aber... Ähm... Naja. Wie das mit der Mannschaftsmusiker so ist. Die... Spielt einmal alle 5 Jahre. Und dann... 5 Jahre nicht mehr. Bist du Mannschaft. Aber du... Bolle und so, ne. Hungry. Oh. Ach. Das ist der Status, wie ich mich fühle. Was ist das da? Was bist du? Ich brauch Holz. Soll. Wie lange hab ich mir gar mein Gefeil gespielt, dass ich vergesse Holz mitzunehmen, Alter. Ich bin ein Held, what the fuck. Einmal Holz, wenn der Sohn schaut. Yay. Hm. Boah. Es wird richtig dreist. Meine erste Folge genauso wie die Bronxsendungen. Einfach, weil es mir mittlerweile vollkommen egal ist, was auf YouTube macht. Also... Nicht... Egal. Aber... Ich hab ja kein Problem damit. Weil... Ich meine... Ich hab ein Band kassiert. Ich hab seit Monaten nichts mehr hochgeladen. Ich bin eh momentan voll der Switcher. Und... Achja. Und für alle, die... Ähm... Mich trotzdem noch weiter verfolgen wollen. Ne. Ich hab gar nicht aufgehört mit YouTube, falls das jemand denkt. So wirklich. Ich hab nämlich einen neuen Kanal. Oder ich hab einen alten Kanal aktiviert. Weil ich... Ari Montages genannt. Und auf diesem Kanal... Ähm... Mache ich... Montages. Mache ich... Ähm... Solofu-Videos. Mache ich... Ähm... Oder wenn ich in... Österreich bin. In den Sommermonaten ist der natürlich dann... Äh... Nicht... Äh... Brauchbar. Weil dann mach ich alles, was ich machen möchte. Äh... Einfach so. Wenn wir mal versuchen das irgendwie über... Überleben. Boah. What the fuck. Ich kann gar nicht mehr laufen. Was ist das denn? Muss man? Ich schleiche dich. Ich kann die Stimmung haben. Alter. Alter. Sterbe ich hier sofort eigentlich? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will sie nicht. What the fuck. Okay. Jaaa... Ich hab verstanden. Das wird ganz schön gut sein. Sei euch bald. Hervor... Ja 完全. War到底 falsch. Hoffentlich erstbar aus Fleisch. Wahrscheinlich es nicht. Da war es wahrscheinlich gleich geblieben. Oh mein Gott! Bleib weg Bleib weg Geht's das jetzt so? Kann ich mit dem kämpfen? Alter, das ist echt verdammt, ich passt noch an Ich hab's durchgehalten, ich hab's durchgehalten Nein, da ist wieder einer Ich werde wieder heilwerken Ich werde wieder heilwerken Ich hab's keine mehr Ich bin zu schwach zu kämpfen Ich bin zu schwach zu kämpfen What the fuck Ich bin zu schwach zu kämpfen Weck mich Von uns ganz kurz noch einmal Stöcke Was ist das hier Back color Was ist das hier Ich bin zu schwach zu rangebex Ich bleibe, warum leibre ich Es hört nicht auf, what the fuck Was ist das hier Das sieht doch nicht aus, das ist doch noch mehr. Kann mir weiter erklären, wie man das überleben soll? Ich krieg ne Krise. Ich such mir mal ganz kurz ne neue Welt. Bis zum nächsten Mal. Hau doch rein.